Die 30er Zonen in den Städten gehen viele zu diskutieren. Gemacht werden es wegen dem Lärmschutz und für bessere Lebensqualität der Bewohner. Und das auch auf Hauptstrassen in den Städten. Verschiedene Bundesgerichtsentscheide unterstützen das. Was heisst das für Zentralschweiz und was macht es überhaupt aus, ob man 50 oder 30 fährt? Raphael Reichlin hat den Test gemacht. 30 oder 50, gehört man das? Meine Tele1-Kollegin Nadine hat sich ins Auto gesetzt und ich bin mit dem Messgerät an der Friedenthalstrasse warten. Beim Messen hat es sich gezeigt, fährt man 50 km pro Stunde, wird es fast bis 79 Dezibel laut. Fährt Nadine mit Tempo 30, schlägt das Messgerät bis höchstens 73 Dezibel aus. Die Differenz von diesen anscheinend wenigen 6 Dezibel entspricht einer Verdoppelung des Lärms. Der Regierungsrat Robert Küng rechnet mit mehr Anfragen zum Tempo 30 beim Kanton. Auf der Kantonsstrasse sind so erste Wünsche der Gemeinden auf dem Tisch. Wir werden diese analysieren. Es wird eine neue Auslegeordnung geben. Wir werden den Lärm verstärkt. Wir müssen wirklich hier einbeziehen. Also wir gehen jetzt wirklich davon aus, es kommt vermehrt auf uns zu. Und wie wir jetzt mit dem umgehen, gibt noch eine Analyse vom Bundesgericht Antwort. Ich bin heute Nachmittag auch noch an der Zürichstrasse vorbei und habe die Leute, die vorbeigelaufen sind, gefragt, ob sie eine Reduktion von 50 auf 30 da gut fänden. Der Lernpegel macht viele Leute krank. Ich denke, je schneller, desto besser. Das stimmt gar nicht. Lieber langsamer und sicherer an Ort und nimmer Gefährten und weniger Verschmutzung. Ich bin kein Fachmann. Ich kann das nicht beurteilen. Wenn man mit 30 besser fliessenden Verkehr hat, dann muss man 30 machen, sonst 50. Aber da müssen Studien angestellt werden. Auf jeden Fall wäre ich dafür, die Menge des Verkehrs zu reduzieren, des motorisierten Verkehrs. Die Leute wieder mehr gehen zu lassen, Städte so zu bauen, dass die Leute auch gehen wollen. Alles andere züchtet nur noch mehr Kolonnen. Der Verkehr muss flüssig gehen und mit 50 ist in der Ordnung. Tempo 50 oder 30? Den Unterschied gehört man, aber nicht alle Leute ziehen den gleichen Schluss draus. Das ist fünfmal geschehen.